Anlegen Steuerbord vorwärts. Die Anfahrt erfolgt auf dem kürzesten Weg. Der seitliche Anfahrtswinkel beträgt nicht weniger als 40 Grad, sofern das Platzverhältnis zuhören. Circa eine Schiffslänge vor dem Steg drehen wir das Lenkrad voll nach Backbord ab. Anschliessend schalten wir auf neutral. Sobald das Schiff parallel zum Steg steht, drehen wir das Lenkrad wieder gerad und legen den Rückwärtsgang ein, um abzustoppen. Das Schiff steht beim Landeort still und liegt parallel zum Steg oder zu den Pfählen. Der Abstand zwischen Schiff, Steg oder Pfählen beträgt nicht mehr als einen halben Meter. Bei Starkwind oder hohem Wellengang wird der Abstand bis zu einen Meter toleriert.